einen wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video diesmal wieder odin sieht filme und tv diesmal ist april 2017 dran mein bart sieht auch aus wie ein aufgesprengtes sofakissen ich habe hier wieder liste gemacht wir fangen wieder an mit dvd blu ist dann kommt tv dann kommt netflix filme dann netflix serien dann kommt amazon filme serien und dann ganz unten kommt denn welche youtube channel regelmäßig diesen monat geguckt habe und ja was für eine art youtube videos ich regelmäßig geguckt habe so und da fangen wir an bei dvds oder blu-rays da habe ich mit meiner frau denn diesen monat noch mal angefangen die gucken eigentlich regelmäßig weil es ja immer wieder lustig ist vor dem monat haben wir paul panzer wieder mal geguckt jetzt haben wir mario bart wieder geguckt also meine ganze sammlung die oben im schrank drin stehen habe wir haben angefangen wir als komplette programm durch jungen männer sind schweine frauen aber auch dann haben wir geguckt männer sind primitiv aber glücklich dann männer sind peinlich frauen manchmal auch dann männer sind schuld sagen die frauen dann haben wir geguckt männer sind bekloppt aber sexy also ist die aktuelle und die welt rekord shows habe ich auch beziehungsweise zweimal welt rekord einmal stadion das ist welt rekord show männer sind primitiv aber glücklich dann haben wir die stadion tour 2011 geguckt und die welt rekord show männer sind schuld sagen die frauen also ich habe die alle da oben drin stehen die ersten ich weiß es gar nicht die ersten drei oder vier habe ich nur auf dvd die gibt es glaube ich nur auf dvd die ersten drei gibt es nur auf dvd und danach gibt die auch als blu-ray aber ich habe die ersten vier auf dvd und danach alle auf blu-ray ja die haben wir geguckt das ist immer wieder lustig immer wieder geil da kommen wir nie raus also gucken wir wirklich regelmäßig alle paar monate mal wie gesagt vor dem monat mit paul panzer ist Mario Bart da kann mal ein standritter zu sagen der ist einfach geil man kann so ablachen seine berliner codder schnauze ist einfach nur eine empfehlung wert ich habe euch auch unten in die video beschreibung sämtliche links rein gepackt natürlich dass er sagt auch die show die könnte ich mir noch mal drin drehen oder die show würde ich gerne noch haben die fehlt mir noch einfach unten in die video beschreibung gucken da findet da alles so kommen wir nun zu tv ja meine katze ist wieder ein bisschen kamerageil wir habe ich habe alleine geguckt legion das ist ja jetzt nun vorbei da kommt jetzt ne schneuert mehr da warte ich jetzt auf die nächste staffel dann mit meiner frau wieder big bang theory und true book girls ja big bang theory kam jetzt die letzten zwei wochen nischt da kommt jetzt denke ich mal ja was nix okay der soll wohl so wie jetzt bei pro sie mir sehen habe heute am ersten mai wieder neue folgen kommen ich bin mal überrascht ich lass mich überraschen nicht dass sie wieder neue folgen kommt öfters mal so eine werbung bei pro siem dass irgendwas neu kommt und dann kam da aber nichts und auch warum verstehen der sollte nicht gezeigt werden ist ja gut wo waren wir denn dann habe ich jetzt angefangen mit arrow staffel 5 und supergirl staffel 2 supergirl habe ich jetzt bis jetzt aber nur die erste folge gesehen die war sehr interessant und sehr cool ich bin mal gespannt wie da weitergeht superman ist jetzt endlich da aber neuer darsteller ich habe die befürchtung die positive befürchtung das was ich vorhin ja schon angekündigt hatte wo ich schon mal über filme und serien im hangout geredet hatte dass die ja mit arrow angefangen haben flash jetzt supergirl jetzt kommt haben sie superman da gezeigt jetzt denke ich mal wird superman seine eigene serie auch bekommen wenn er in der supergirl folge oder in supergirl folgen gut ankommt dann fehlt noch batman aquaman und wonder woman dann sind eigentlich alle mitglieder versammelt ja und alle kommen flash kam ja auch durch arrow dazu warte mal wer war denn gründungsmitglieder der justice league das war batman superman wonder woman flash ich glaube arrow war gar kein gründungsmitglied dennoch dieser martin manhunt also der der marsianer der ist ja bei one bei supergirl schon mit bei also der ist schon gezeigt worden jetzt fehlt halt wie gesagt nur noch batman aquaman und wonder woman dass die war moment hatte früher schon mal eine eigene serie aber das ist ja etliche jahre her an der 90er jetzt die fehlen noch und ich habe ja pro meine prognose war ja damals schon dass die jetzt immer mehr davon zeigen und dass die denn einen zusammenschluss in den serien haben dass die mal der bei dem mal der bei dem mal die bei dem und so und dass da dann so ein zusammenschluss ist und dann vielleicht eine justice league serie oder so ein auftakt zu einer justice league serie oder so ein special von allen charakteren kommt wo alle zusammen sind in jeweils dem anderen seiner folge und da so eine große große serie also mehrere kleine serien entstehen oder folgen entstehen bei den jeweiligen leuten dass da ein zusammenschluss kommt bevor der eigentliche justice league film kommt das ist meine prognose geil wird natürlich jetzt noch eine neue superman serie batman wäre schon geil also ich würde bevorzugen also ich würde richtig feiern und ich würde auch kicken sage ich so wie das so das war doch schon mit den serien zu blacklist und so bin ich diesen monat jahren nicht gekommen das werde ich mir jetzt demnächst an drin drehen also kommen wir zu netflix also die liste ist diesmal ziemlich kurz netflix habe ich geschaut mit meiner frau zusammen sandy wechsler das mit adam sandler das ist ein netflix originalfilm also nur von netflix gemacht das ist das was ich euch gesagt hatte dass die sich da den king of queens typen und adam sandler ins boot geholt haben der king of queens typ hat ja einen film da schon gemacht jetzt ist er bei amazon mit bei und mit seiner serie kevin can wait habe ich die drin ja die habe ich drinnen und ja und den adam sandler haben sie irgendwie unter vertrag genommen da hatte ich irgendwann die lesen und und netflix ich bin schon ein paar stunden wach ja die haben den ja unter vertrag genommen und jetzt bin ich da mal gespannt was da jetzt noch rauskommen wird und was da für filme sind das ist ja nicht der erste den er macht hat den sandy wechsler hat er jetzt gemacht davor hat er die durian sieben gemacht dann hat er ja noch den wo er da cop ist oder sich als cop ausgibt wo er auf diese schulfeier kommt in wirklichkeit ist er krankenwagenfahrer oder so da gibt es schon ein paar gute filme mit ihm die amazon netflix original sind also kann ich euch wirklich nur ans herz legen die mal zu gucken die sind wirklich erste sahne ja da sind bin ich mit den filmen auch schon fertig serien habe ich riverdale weiter geguckt und ja ist immer noch interessant ich warte jetzt gerade drauf die verschwörung und so wird immer mehr und immer heftiger ich bin mal gespannt wie da jetzt weitergeht und dann habe ich geguckt crazy hard also das ist irgendwie mit spielt in england mit weibern die irgendwie dämonen sehen können ich habe die komplette staffel geguckt leute aber von der staffel ist nicht so viel hängen geblieben war am anfang echt cool gemacht ein bisschen freaky sind engländer halt ja ich kann sie schon empfehlen aber bei mir ist da jetzt momentan nicht so viel hängen geblieben ich muss mir die auf jeden fall noch mal drin drehen dass ich davor ein bisschen was mehr weiß weil das irgendwie alle draus also gibt ja so serien wo man sagt oh geil wisst du mal staffel 1 folge 1 folge 5 walking dead das beste beispiel da vergisst man nicht so viel aber das ist das habe ich gesehen ich weiß was drin vorkommt ich weiß wie es endet ich weiß wie es anfängt und was in der mitte so ein bisschen was passiert aber sonst ist alle draus aber so an sich ist so cool gemacht und lustig also ja am anfang musste da eben anpissen und so guckt euch das mal an das ist ganz cool gemacht bei amazon habe ich geguckt mit meiner frau also wir sind jetzt bei amazon filme fange ich an guardians of the galaxy 1 also den ersten film hat meine frau noch nicht geguckt den haben wir jetzt zusammen geguckt fand sie geil mit geruht die liebt die geruhte war toll war schön es hat nur den auftakt gegeben weil jetzt kommt der teil zwei den wollen wir mal gucken ob wir das schaffen ins kino zu gehen dass wir den im kino gucken den wollen wir auf jeden fall angucken dann haben wir geguckt in dr strange da haben wir schon damals vorschau gesehen und so und haben uns darauf gefreut den jetzt den jetzt bei amazon zu sehen den haben sie für dr strange weiß ich gar nicht ich hab den da haben wir den doch dann haben sie zweimal drin beinhaltet zusätzliche szenen für kaufen 13 99 ich habe den anderen gekauft den normalen dr strange der hat nämlich 4 euro 99 gekostet beim ausleihen beim kaufen und 13 noch was und den mit zusätzlichen inhalten kannst du nur kaufen den kannst du nicht leihen wollte doch gerade sagen wir haben nur ausgeliehen 499 bezahlt also 1399 kaufen und 499 leihen natürlich beides in hd bei dem preis hatte ich nicht mehr 499 war mir aber nicht hundertprozentig sicher weil das mache ich echt gerne bei amazon in den film ausleihen das macht sich recht gut man braucht nicht irgendwo eine videothek wir haben ja auch keine videothek leider gott ist mir hier da wäre teilweise auch noch ein bisschen billiger als bei amazon bei 499 oder 399 für neuere filme und die älteren sind dann halt noch ein bisschen billiger aber trotzdem macht sich ganz gut da hast du 48 stunden zeit den zu gucken und ab dem ersten mal gucken und ab dem ersten mal gucken oder ab dem du kaufst den und dann hast du kannst du den angucken 48 stunden lang glaube ich war das aber sobald du den anfängst auch wenn du wenn du nur einmal kurz drin guckst ab da zählen die 48 stunden wenn du dann natürlich in den 48 stunden dazu nicht kommst den zu gucken hast du Pech habt das geht umsonst bezahlt also ja macht sich aber echt ganz gut dann hatte ich mir bei ach da weiß ich aber auch den preis nicht mehr der war glaube ich nicht bei prime mit drin star trek habe ich mir angeguckt und zwar beyond weil ich habe mir den trailer nochmal angeguckt zu dieser netflix serie die jetzt dieses jahr wohl starten soll und der hat mir so eine lust wieder auf star trek gemacht und da musste ich mir einfach den letzten nochmal angucken und da habe ich mir star trek beyond auf amazon prime angeguckt also amazon angeguckt aber ich weiß jetzt nicht mehr was ob der prime der war glaube ich kein prime ich glaube der war kein prime ich glaube da habe ich auch 2 3 euro bezahlt oder so ich weiß es nicht dann habe ich serien geguckt auf amazon und zwar kevin can wait logischerweise bin ich jetzt bei folge 17 oder so dann nevi cs habe ich wieder weiter geguckt gucke ich momentan echt gerne zur entspannung das finde ich einfach geil und da braucht man auch nicht viel zu sagen das nevis hier ist das mit gips ebi und so das ist einfach geil kevin kann brauchen ohne zusagen das amazon exklusiv das ist ja er war mal cop und ja und jetzt muss seine tochter will heiraten und der typ wohnt da der geht nicht arbeiten und ja und jetzt unterstützt er die und muss halt auch wieder anstatt er seine rente genießen kann muss er halt auch wieder jobs annehmen und so und so ein bisschen wie hummer simpson das hat er mal hier mal da arbeitet und dann kommt man schon eine schöne verwicklung also es ist sehr geil nevis ja jetzt brauchen wir nicht sagen das ist eine krimiserie so bob ross ja das ist der der schon verstorben ist der so malt ist auch bei amazon gratis drin gewesen den habe ich auch auf dvd den habe ich mir immer wieder angeguckt ich finde den einfach geil zum einschlafen oder abends ist so entspannt guckst du zu wie der im bild malt und dann a little bit a little bit und happy little cloud funny happy little cloud finde ich einfach geil finde ich einfach geil kann ich immer wieder gucken ich ich kenne eigentlich schon alle bilder aber ich gucke den immer wieder gerne so dann habe ich hier noch eine kategorie was ich jetzt noch auf amazon sehen will einmal american gods da warte ich jetzt gerade hindering drauf ich habe das hier schon wenn ihr das seht so ich mach mal so dann könnt ihr das so ein bisschen sehen ich bin da immer noch drauf und ja da ist immer nur noch der trailer da und ich warte also heute ist der erste mai so und immer noch nur der trailer da und ich weiß nicht wann das jetzt kommt das war bei das war bei 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 wie hieß das gleich noch man in der high castle da war das noch anders da war da habe ich das sollte raus kommen an dem und dem tag und ich habe den tag davor abends um 22 uhr schon hingeguckt oder 23 uhr ich weiß es gar nicht und er war schon da und da habe ich dann gleich durchgekickt also fast durchgekickt also das ist der erste mal das war richtig geil und hier steht drauf erste mai ist noch extra das schwarze bild american gods und ein fetter schwarzer balken und dann erster mai ja und jetzt warte ich drauf dass das kommt steht hier auch da erst ausstrahlung erster mai und kommt und kommt nicht das ist zum kotzen das geht um ja nordische götter wahrscheinlich auch andere götter weiß ich nicht die haben jetzt nur die nordischen gezeigt loki äh tor o loki und so ähm die leben in einer amerikanischen kleinstadt und auch viel blut und hast nicht gesehen also ich bin mal gespannt ich kann dazu noch gar nichts sagen dann habe ich mir tabo habe ich mir rauf gemacht das hat sehr gute bewertungen bekommen ist auch amazon exklusiv american gods wie gesagt auch amazon exklusiv kann ich noch nichts zu sagen habe ich noch nicht mal reingeguckt aber hat geile bewertungen gekriegt und ich habe es die ganze zeit hier schon in meiner watchlist aber bin irgendwie nicht zugekommen zu gucken dann hands of gods hatte ich ja vorher im monat schon gesagt hat zwei äh staffel 2 ist da bin ich immer noch nicht dazu gekommen das zu gucken ist auch amazon exklusiv das werde ich mir auch jetzt drin drehen und bosch ist die dritte staffel drin gekommen habe ich jetzt gesehen gehabt das habe ich auch schon auf meiner watchliste da werde ich jetzt auch diesen monat mit anfangen äh da bin ich mal sehr gespannt weil die ersten beiden staffeln richtig geil ist auch so amerikanische krimiserie kann man sagen so mit einem polizisten und so richtig geil also ich finde es richtig richtig geil die links dazu natürlich alle in der video beschreibung dann die kanäle die diesen monat ja regelmäßig gesehen habe das ist einmal wie immer herrnewstein dann robert hofmann also herrnewstein macht 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 youtube news ja also über youtuber und das fand ich schon recht interessant was da für kindergarten teilweise abgeht in der youtube szene ich gucke ja die meisten großen youtuber nicht ich habe ja le floyd habe ich jetzt deaktiviert äh deabonniert wo das mit dem bvb-bus war wo er da auch clickbait betrieben hat mit dieser thumbmail und wo er sich dann zwei wochen vorher noch ausgesprochen hat so einen scheiß macht er nicht clickbait hat er sich noch bei anderen aufgeregt mit roten kreisen und es haben mir was nicht stimmt und betitelungen und so weit alle und dann hat er selber gemacht und hat dann aber keine entschuldigung kein nisch kein statement wie jedem hat dann einfach das bild geändert ich habe es ja neu gesehen ich habe kriege ja nachricht wenn er ein video hochlädt oder habt eine nachricht gekriegt wenn er ein video hochlädt und ich habe gesagt nö nö erst war sagt meckerst du über andere rum und kein deut besser sein die abo und ja dann halt der news time robert hofmann habe ich geguckt der macht halt über dvds kinofilme und so man macht da trailer packt da bei sich rin aber auch gibt auch sein eigenes statement dazu und den finde ich ganz interessant dann habe ich die kanzlei wbs also wille beuger und säume geguckt die gucke ich sowieso regelmäßig der bringt ja drei viermal die woche bringt der videos raus challenge nutzerfragen jura basic und denn auch so normale sachen finde ich recht geil dann habe ich geguckt störte priester da kommen ja auch zweimal die woche videos wenn er floggt und so ende der woche sein normales video verfolge ich auch dann habe ich geguckt war jeder simon the cat da kam nämlich auch zwei drei videos diesen monat also vor dem monat raus da habe ich natürlich auch wieder reingeguckt den habe ich schon wie lange habe ich den schon abonniert schon ewigkeiten und ich gucke immer wieder dann ist einfach klasse dann habe ich hier noch aufgeschrieben die kategorien die ich diesen monat geguckt habe wie immer wusste da kam auch so ein bisschen was neues mit bei wieder mal aber auch nicht so viel dann haben wir über lebensmittel geguckt über über was haben wir geguckt über nestle und wie die schokolade und kinderarbeit und das angeblich dagegen sind und trotzdem nicht und das war sehr interessant dann haben wir über und ach nicht nur nestle wir haben auch wie man mit fleisch bescheißt dass man da wasser rin pumpt und alles so was haben wir geguckt und auch bürgerketten vergleich und sowas alles dann universum habe ich geguckt also alles mögliche über universum schwarze löcher unser sonnensystem alles mögliche quarks und co haben wir geguckt ja so drei vier folgen oder so weiß ich nicht und news haben wir geguckt natürlich irgendwelche news die bei ammann die bei youtube gepostet werden von news to bahn die jetzt rein nicht jetzt wirklich was mit mit youtube zu tun haben also eher im normalen leben weil die und die ganzen anderen sind da kann vertraue ich nicht mehr so da krieg dann lieber ja unabhängige medien wo nicht irgendwelche fernsehräte aus der politik noch mit bei sind wo man sagt wo drin steht eigentlich im rundfunkstaatsvertrag dass die ferner des mediums sein müssen also dass da keine beeinflussung stattfindet und irgendwie sind da mehr politiker drin als journalisten momentan habe ich das gefühl und deswegen gucke ich die nicht gerne weil das für mich ARD und ZDF sowieso momentan ein Staatsorgan geworden sind über die Jahre und da weigere ich mich da gucke ich nicht das will ich nicht muss ich nicht haben da gibt es genug andere Quellen wo man sich informieren kann und RTL verweigere ich mich ja sowieso nach dem Gamescom Ding und ja da gibt es halt noch andere Quellen wo man gucken kann oder Internetseiten wo man Nachrichten lesen kann teilweise auch vorlesen kann wo Audiospuren drin sind alles sehr interessant alles kann ich echt nur empfehlen will sie auch verabschieden gleich ja die will sich auch gleich verabschieden so wie es aussieht ja sonst haben wir eigentlich nichts weiter geguckt ich warte jetzt wie gesagt auf American Gods dann komm mal her hier willst du auch schüßern willst du auch schüßern wir sind gleich fertig ja die warte drauf dass ich die hat schon gesehen dass ich mich ja eingerichtet habe auf dem Sofa dass ich da meinen Trinkner hingestellt habe und alle drum und dran und ja Fernseh ist an und die warte drauf dass ich mir jetzt auf dem Sofa lang mache American Gods gucke wenn es dann mal da ist und dann geht es los dann schön entspannt heute zum ersten Mai heute Abend werden wir dann live streamen so wie es klappt also wenn Nesca Boy mit bei ist wenn Nesca Boy heute Abend nicht kann werden wir trotzdem live streamen werden wir vielleicht weg machen Hangout nochmal oder wir werden Rocket Leach nochmal eine Runde zocken ich weiß es nicht vielleicht auch ein anderes ich habe noch zwei andere Spiele da ich muss auch noch ein Gewinnspiel vorbereiten und alle drum und dran ich würde mich dann hier erstmal verabschieden wenn es euch gefallen hat lasst doch hier unten da unter dem Video irgendwo oder auf der Seite da ist irgendwo ein Daumen könnt ihr einen Daumen hoch machen würde ich mich sehr drüber freuen hier irgendwo taucht doch gleich ein Abonnier Button auf da könnt ihr mich auch mit unterstützen wenn ihr mich abonniert und irgendwo werden hier zwei oder drei Videos noch zu sehen sein die vielleicht interessant für euch sind so ich bin dann jetzt erstmal weg ich hoffe hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat wie gesagt einen Daumen hoch wäre nicht schlecht bis dahin Ahoi sagt euer Odin